Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, is terrifying and it's absolutely hilarious. Das ist ein Stück, das ist sehr schwer zu eigentlich sagen, was ist. Ist das ein Oper? Ist das ein Operetta? Ist das ein Musical? Es ist alles. Stephen Sondheim selbst hat geklärt, dass es eigentlich eine schwarze Operette ist. Es ist nicht nur oberflächlich eine böse Frau und ein böser Mann, die die armen Menschen sind ihre Opfer, sondern es ist ja viel, viel mehr, es ist ja viel, viel schichtiger zu welchen Grausamkeiten, Armut und Verzweiflung führen kann. This particular piece will make opera lovers musical lovers and make musical lovers opera lovers. You sort of lose your heart a little bit for him and think, yeah, actually, do you know what, I think he's okay. And then, you know, within the next phrase is You'd be an absolute fool not to come to this performance of Sweeney Todd.